Guten Abend und herzlich willkommen. Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung über China mit Kai Strittmatter begrüßen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Blick auf die Volksrepublik China ist es noch nicht so lange her, dass insbesondere führende Vertreter der deutschen Industrie das Konzept Wandel durch Handel als zukunftsweisendes Konzept ansahen. Mit der wirtschaftlichen Öffnung, dem neuen Wohlstand und dem Zugriff der Bevölkerung auf das Internet und die sozialen Medien sei es nur eine Frage der Zeit, bis China sich auch politisch ändert. Doch das war, wie wir inzwischen leider haben feststellen müssen, nur Wunschdenken. Wenn man liest, wie Staatschef Xi Jinping mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Propaganda und Big Data den perfekten Überwachungsstaat aufbaut, kann einem Angst und Bange werden. China kehrt unter dem amtierenden Parteichef der Kommunistischen Partei wieder dahin zurück, wo er sich einst selbst verortet hat, ins Zentrum der Welt. Wirtschaftlich, politisch und militärisch strebt China selbstbewusst danach, eine Großmacht zu werden. Vor diesem Hintergrund und spätestens nach dem deutschen Politikwechsel gegenüber Russland stellt sich die Frage, wie gehen wir mit den Autokraten in Peking künftig um und brauchen wir auch eine Zeitenwende gegenüber China. Ich freue mich, Ihnen nun Kai Strittmatter näher vorstellen zu dürfen. Er war bereits 2019 zum Thema China bei uns zu Gast. Doch seitdem ist, wie wir wissen, sehr viel passiert und ich bin gespannt, welche neuen Einblicke er uns heute Abend verschaffen wird. Kai Strittmatter hat den größten Teil seines Lebens der Beobachtung und Beschreibung Chinas gewidmet. Er studierte Sinologie in München, Jiang und Taipei. Von 1997 bis 2018 war er viele Jahre Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Peking. Danach berichtete er mehrere Jahre aus Skandinavien. Seit Anfang 2023 lebt Kai Strittmatter wieder in München und arbeitet als Autor auch wieder bei der Süddeutschen Zeitung. Wieder mit dem Fokus natürlich auf China. Kai Strittmatter hat mehrere Bücher geschrieben. Zuletzt erschien sein China-Bestseller Die Neuerfindung der Diktatur, dessen englische Ausgabe von der Washington Post zu einem der Bücher des Jahres 2020 gewählt wurde. Ich darf ihn ganz herzlich hier in Saarbrücken begrüßen. Also herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja, es wurde gesagt, ich war schon mal hier 2019 und hatte ganz vergessen, wie schwierig es ist, hierher zu kommen. Aus München, es ist schon sehr abgelegen. Also ich komme auch aus einem ganz abgelegenen Landesteil. Ich komme aus dem Allgäu. Und damals, als ich als junger Allgäuer erst zum Studium nach München bin, für die Sinologie, ich habe Sinologie studiert und dann nach China bin, war einer der Gründe, warum ich dahin wollte auch, weil, also wie schön das Allgäu ist, das habe ich erst später gemerkt. Das ist immer so, man merkt es erst, wenn man weg ist zu Hause, wie schön es da eigentlich ist. Das weiß ich jetzt, aber mir war es da damals vor allem zu langweilig, schlicht. Also es war wirklich, das war auch noch die Zeit, also ich habe in meiner Jugend Helmut Kohl erlebt, 16 Jahre lang, als Bundeskanzler. Und es war so ein Gefühl, als ob sich die Erde überhaupt nicht dreht. Also ob ein ewiger Stillstand herrscht. Und das war wirklich mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich muss irgendwo hin, wo was passiert, wo es aufregend ist, wo man was erlebt. Und dann bin ich an den aufregendsten Ort des Planeten gegangen, nämlich nach China. Und ganz ehrlich, also mehr als 30, 35 Jahre meines Lebens beschäftige ich mich jetzt mit China. 17, 18 Jahre habe ich da gelebt insgesamt. Und als ich raus bin, Ende 2018, hatte ich immer noch das Gefühl, also auf eine ganz andere Art und Weise, da hatte ich dann schon sechs, sieben Jahre Xi Jinping erlebt. Und das China war ein völlig neues China geworden. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, ich bin in den Zug gestiegen. Ich bin nicht mit dem Flieger raus, sondern tatsächlich mit dem Zug nach Hongkong. Ha, das ist ja auch witzig, oder? Ich sage raus aus China, Hongkong. Das ist noch nicht so lange her. Damals, Ende 2018, hatte man noch das Gefühl, wenn man nach Hongkong kommt, man ist raus aus China. Das ist auch vorbei, diese Zeiten. Wie schnell das geht, wie schnell sich das verwandelt. Und ich bin aus dem Zug ausgestiegen und dachte, Wahnsinn. Jetzt sind so viele Jahre vergangen. Ich weiß, ich komme nicht mehr zurück in dieses Land. Das war auch okay. Ich hatte auch da sozusagen innerlich mich damit angefreundet, mit diesem Gedanken. Und trotzdem dachte ich, jetzt stehe ich hier 35 Jahre später und es ist nicht nur immer noch der aufregendste Ort des Planeten, sondern es ist eigentlich aufregender und spannender, als es jemals war. Leider auch deprimierender. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Weil der große Unterschied, zu dem Zeitpunkt, als ich hin bin, als Student und später als Journalist, das allererste Mal 97 als Journalist, als Student war ich schon Mitte der 80er Jahre da. Der große Unterschied, ganz am Anfang, als ich da hin bin, wenn man damals über China, ich sage China, nicht China, also da hören Sie meine Allgäuer Herkunft, meine bayerische Herkunft, wir sagen da alle China und Chemie. Der große Unterschied, wenn man damals über China geredet hat und über China geschrieben hat, dann hat man über China geredet. Wenn ich heute über China rede, dann rede ich immer auch, reden wir immer auch über uns. Weil China mitten unter uns ist, weil es plötzlich so wichtig ist für uns alle. Und davon bin ich fest überzeugt, die größte Herausforderung ist in diesem Jahrhundert, vor der die westlichen oder die liberalen Demokratien stehen nach dem Klimawandel. Da bin ich wirklich fest davon überzeugt. Die meisten haben das tatsächlich, also als ich raus bin 2018, Ende 2018, hatte ich noch das Gefühl, ich müsste jeden einzelnen Deutschen und Europäer an den Schultern packen und schütteln und eben das sagen, wie wichtig das ist. Und wie sehr wir schlafen alle, wie sehr wir Europäer, wir Deutschen, geschlafen haben all die Jahre, die letzten Jahre vor allem. Wie wir alles verpasst haben, was passiert ist in diesem Land, was der Xi Jinping aus diesem Land gemacht hat, dass dieses Land, dieses China, das er da plötzlich gebaut hat und geschaffen hat, ein völlig anderes China ist, als das, mit dem Sie alle und wir alle den Großteil unseres Lebens verbracht haben. Und was das Bild von China in unseren Köpfen auch, in manchen Köpfen bis heute, noch bestimmt. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Es soll natürlich, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich vor allem über den digitalen Überwachungsstaat, geredet. Da will ich heute ein bisschen weniger drüber reden. Es soll am Ende tatsächlich darum gehen, wie China uns herausfordert. Aber damit Ihnen klar ist, mit was wir es zu tun haben, ist es schon wichtig, dass wir erstmal ein Fundament legen und dass ich Ihnen ein bisschen erzähle am Anfang, was passiert ist in diesen letzten zehn Jahren. Was dieser Xi Jinping aus diesem Land gemacht hat. Warum das heute ein völlig anderes Wesen ist und warum das ein Wesen ist, ein politisches Wesen, ein Staat, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Gleichzeitig das mächtigste China seit mehr als 150 Jahren, mit dem mächtigsten Führer seit Mao Zedong. Was das dann für uns bedeutet. Und da müssen wir mal schauen. China ist so groß, 1,4 Milliarden Menschen und so ein riesiges Land und so eine lange Geschichte. Es ist immer schwierig, ein Ende zu finden. Es kann sein, dass ich eine Vollbremsung mache, einfach irgendwann. Weil ich es schon wichtig finde, dass Sie Ihre Fragen loswerden und ich versuche mal wirklich nach einer Dreiviertelstunde aufzuhören und dass wir dann die zweite Hälfte der Zeit über das reden, die Fragen reden, die Ihnen vielleicht wichtig sind. Warum ist das alles so wichtig bei uns? Also ich meine, wir haben geredet, China ist unter uns wortwörtlich. Hier, das ist natürlich made in China. Naja, alle iPhones, ich weiß nicht, wie viele hier im Raum, aber auch die Samsung-Handys und die anderen sind ja auch fast alle made in China. Und nicht nur die Handys selber, sondern die Sie in der Tasche haben, sondern hier Ihre Söhne, Ihre Enkel, Ihre Enkelinnen. TikTok, großes Thema gerade in den USA. Erfolgreichste Social-Media-Plattform der Welt in den letzten Jahren. ein schnelleres Wachstum. Die haben die erste Milliarde Nutzer schneller erreicht, als das Facebook, Facebook war davor der Rekordhalter, geschafft hatte. Und plötzlich bestimmt das alles unser Leben. Ja, wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren, irgendwie, dass aus China die erfolgreichste Social-Media-Plattform der Welt kommt. In bestimmten Altersgruppen. Nicht in unserer Altersgruppe. Wir sind alle auf Facebook und auf Twitter. Aber unsere Kinder nicht mehr. Dieses Bild hier ist ein schönes altes Propagandaposter, das ich mal gefunden habe. Das ist aus Maus-Zeiten noch, Kulturrevolution. Ich lebe im Sonnenschein der Partei, heißt das. Das hier ist ein Foto, die meisten, viele der Fotos, die jetzt kommen, habe ich selber gemacht. Das ist ein Foto, ich habe am Ende das zweite Mal, ich war zweimal in China. Zuerst 1997 bis 2005. Dann war ich in Istanbul, sieben, acht Jahre. Und dann 2012 bis 2018. Ich bin angekommen, 2012 praktisch, in Peking für mein zweites Mal gemeinsam mit Xi Jinping. Das war der Sommer 2012, drei, vier Monate, bevor er die Macht übernommen hat auf dem Parteitag im November. Das war alles super spannend. Das war natürlich Zufall, totaler Zufall. Aber dass ich diese Übergangszeit noch mitkriege. Und ich habe dann das zweite Mal gelebt in einem viel schöneren Ort, als ich das erste Mal war, war ich einfach in so einem langweiligen Apartmenthaus im Botschaftsviertel. Das zweite Mal aber in einem Sichel, in einem Hofhaus, in einem dieser wunderschönen alten, 120 Jahre alten Hofhäuser im Zentrum der Stadt, in der Nähe der verbotenen Stadt, in der Nähe auch der Haupteinkaufsstraße der Wangfu Jing. Und dieses Plakat, das war auf der Wangfu, das linke jetzt, dieses Plakat, das war auf der Wangfu Jing, der großen Einkaufsstraße, das hing da fünf Jahre lang. Bestimmt. Fünf von diesen sieben Jahren, die ich das zweite Mal da war, hing dieses Plakat unangetastet. Das ist ein Propaganda-Plakat. Das ist ein Propaganda-Plakat der Kommunistischen Partei. Und was steht da drauf? Ganz groß, mit zwei großen roten Schriftzeichen. Moment, ich habe hier auch einen, so einen Laserpointer. Hier, die beiden Schriftzeichen. Zio. Freiheit. Ein paar hundert Meter davon entfernt, hing ein anderes Plakat. Minju, Demokratie. Und dann noch ein anderes Plakat. Fadzschö, Rechtsstaat. Ja klar, ich habe all die Jahre in der Heimstadt von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gelebt. Was machen die mit unseren Worten? Was machen die mit unseren Begriffen? Das war, warum ich damals dann noch dieses Buch geschrieben habe, wegen dem ich dann auch 2019 hier war. Diese Neuerfindung der Diktatur. Unter anderem auch, ja, nicht nur, weil ich was über China schreiben wollte, sondern wissen Sie, warum ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben? Im November 2016. Was ist da passiert im November 2016? 2016, wer erinnert sich, ist super aktuell. Donald Trump wurde Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und mir sind plötzlich so viele Dinge aufgefallen, wo ich dachte, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Parallelen zwischen den Möchtegern, Autokraten und den Autokraten. Viele Dinge, die den Diktatoren und denen, die vielleicht die Demokratie abschaffen wollen, doch gemein sind. Viele Instrumente, derer sich beide benutzen. Unter anderem der Umgang mit Sprache, der Umgang mit Lüge. All diese Dinge. Da könnte man jetzt auch eine Stunde lang drüber reden. Da hätte ich auch viel zu sagen. Ich mache es jetzt mal nicht. Ich sage das nur, weil es wichtig ist, sich zu vergewissern, dass das, was hier, ich erzähle Ihnen jetzt heute viel über China, aber wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, es geht um uns. Und warum geht es um uns? Gerade im Moment, weil wir im Moment in einer Situation sind, wo wir uns einem perfekten Sturm gegenüber sehen. Weil nämlich all die Kräfte, all die Mächte, die sich der Sabotage, die sich an die Sabotage unserer Gesellschaftsordnung, an die Sabotage unserer Weltordnung machen, an die Sabotage der Demokratie, die Rechtspopulisten unter uns, der Donald Trump in den USA, aber auch von außen die Russen und ihre Trolle, aber auch China. Das geht alles Hand in Hand. Und das arbeitet alles gemeinsam daran, unsere Demokratie schwächer zu machen. Wir sind zum allerersten Mal seit dem Kalten Krieg wieder in einem Wettbewerb der Systeme im Moment. Das ist das alte China. Das ist das, mit dem wir so, was wir so lustig fanden und so spannend und so aufregend und so widersprüchlich. Also ein Hort der Widersprüche war China immer. Man konnte aufstehen und beim Frühstück das eine über China behaupten und beim Abendessen das Gegenteil. Und beides Mal konnte man Recht haben, ja, auch noch. Also wirklich ein, nicht nur ein Wirtschaftswunderland, sondern überhaupt ein Wunderland. Das Foto, das Sie hier sehen, ist von 2016. Also da war Xi Jinping vier Jahre gerade in der Macht. Das ist aus Chengdu. Und das ist so dieses China, was auch unsere Wirtschaft, unsere Politiker so toll fanden. Offiziell ein kommunistisches Land in Wirklichkeit, aber plötzlich dieses kapitalistische Treiben. Also haben wir hier Gucci. Aber oben drüber immer, und das hat man lange vergessen. Das war lange unsichtbar. Die Partei, die hier oben drüber ist, die war immer da. Aber ganz viele Jahre hat man es vorgezogen, sie nicht zu sehen oder sie hat sich selber auch versteckt. Das hat sich auch fundamental geändert. 2012 gab es eines der besten Bücher über die Kommunistische Partei Chinas überhaupt. Es lohnt sich heute noch zu lesen, obwohl es vor Xi Jinping geschrieben ist, The Party von Richard McGregor. Das war der ehemalige Financial Times-Korrespondent. Da ist ein sehr, sehr schönes Zitat drin von einem chinesischen Professor, wo er sagt, die Partei ist wie Gott. Sie ist allmächtig und sie ist überall, aber du siehst sie nicht. Das war 2012. Das ist heute komplett anders. Sie ist immer noch wie Gott. Sie ist allmächtig, sie ist allgegenwärtig, aber sie springt dir heute wieder überall ins Gesicht. Dafür hat Xi Jinping gesorgt. Das ist der Mann, dem wir dieses China zu verdanken haben, das Wirtschaftswunder China, das China von Reform und Öffnung, Deng Xiaoping. Das ist der Mann, der China umgebaut hat, der die Reformen gemacht hat, die dazu geführt haben, dass das Wirtschaftswunder überhaupt möglich war. Und viele der Reformen, die er gemacht hat, hat er gemacht. Warum? Weil er an die Macht gekommen ist nach dem Tod von Mao Zedong und das China übernommen hat, das Mao Zedong. Der berühmte Mao ihm hinterlassen hat, ein China, das am Boden lag, ein China, das in Trümmern lag, ein China, das am Ende war, wirtschaftlich, geistig, aber auch seelisch, ein verwundetes Volk mit gebrochenem Rückgrat. Und wenn die Wirtschaftswachstumszahlen dann auch so hoch waren in den ersten 10, 15, 20 Jahren, ja dann immer zweistellig und so, lag das nicht nur daran, dass da wirklich unglaubliche Dinge in Bewegung geraten sind, das auch. Es lag auch daran, dass das Land von Null angefangen hat. Zehn Jahre keine Schulen geöffnet in China. Zehn Jahre keine Universitäten. Kaum Wirtschaftsaktivitäten. Das Land lag am Boden nach Mao. Der hat das Land Maus tot, 1976. Dann danach gab es so ein anderer Nachfolger, Hua Guofeng, der war so bis 78, zwei Jahre. Da denke ich auch, Ping und seine Leute haben 78 ungefähr die Macht übernommen. Und dann ging es los mit den Reformen, zwei, drei Jahre später, 80, 81. Das erste Joint Venture, diese Begriffe, all das, das wurde damals erfunden, Joint Venture, 1980. Wissen Sie, wer das allererste Joint Venture, wer überhaupt das erfunden hat, das war ein Schweizer Aufzugshersteller, Schindler. Der Uli Sick, ich weiß nicht, ob Ihnen der was sagt, ein super Typ, den ich damals auch kennengelernt habe, noch als Botschafter und mit dem ich heute gut befreundet bin. Das war damals ein Wirtschaftsmann. Ganz früher war der Journalist, dann war er Wirtschaftsmann, hat das allererste Joint Venture in China gegründet. Später wurde er Botschafter und vor allem dann aber das größte Verdienst seines Lebens war, dass er der umtriebigste Sammler moderner chinesischer Kunst, das ist der Mann, der Ai Weiwei entdeckt hat, der dann als Botschafter seine ganzen Nächte und seine Wochenenden damit verbracht hat, durch die Fabrikhallen außerhalb Pekings zu kriechen und diese neue, moderne Kunst auszugraben, die in China selbst nicht gezeigt werden durfte. Also, Deng Xiaoping hat all diese Reformen gemacht. Was hat er denn gemacht? Als Reaktion auf Mao Zedong, er hat gesagt, sowas wie Mao darf uns nie wieder passieren. Das macht uns kaputt. Das macht unsere Partei kaputt, das macht unser Land kaputt. Nie wieder Ein-Mann-Diktatur, nie wieder Personenkult, nie wieder so eine Konzentration der Macht, nie wieder so eine Ideologisierung jeder Bereitschaft, Reiche des Lebens. Wir machen das Gegenteil. Wir sperren die Ideologie in dem Besenschrank. Wir dezentralisieren die Macht. Wir erlauben Experimente in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Deswegen dann auch plötzlich gab es Freiräume, also nicht gewollt. Das fand die jetzt auch nicht super, die Partei, dass da plötzlich diese ganzen jungen Künstler, Intellektuelle rauskamen. Aber die wurden toleriert all die Jahre. Plötzlich gab es Nischen für Zivilgesellschaft und Naturschützer und Bürgerrechtler und alles Mögliche. Wenn man die Fans da aufsperrt, hat Deng Xiaoping mal gesagt, einer seiner berühmten Sprüche, dann kommen halt auch ein paar Fliegen rein. Und diese Fliegen hat man nicht gleich totgeklatscht in den 30, 35 Jahren, mit der Ausnahme vom Tiananmen-Massaker natürlich 1989. Das waren zwei Jahre schwersten Rückfalls. Aber ansonsten irgendwie Rückzug der Partei. Aufgabe der Kontrolle. Und mehr Freiheiten für die Gesellschaft, für die Wirtschaft vor allem. So, jetzt schauen Sie mal. Kollektive Führerschaft bei Deng Xiaoping. Nie wieder Ein-Mann-Diktatur. Wir machen ein Kollektiv. Das Politbüro. Ständiger Ausschuss des Politbüros. Mal sieben Leute, mal neun Leute. Das ist unsere Führung. Das, was Sie hier sehen, ist die Volkszeitung. Das ist das Parteiorgan, das chinesische. Also die wichtigste Zeitung des Landes. Alle fünf Jahre gibt es einen Parteikongress, da wird die Führung neu gewählt. Das sind die Titelseiten von dem Tag nach den Parteikongressen mit jeweils der neuen Führung. Und wir sehen schon, in all den Jahren, da sind dann die sieben Leute, hier auch sieben, hier sind es plötzlich, na nicht mal neun, zehn, okay. Und es gibt schon zwei, die ein bisschen gleicher sind als die anderen. Das sind immer die zwei, die da oben sind. Ja, hier, das ist Jiang Zemin und Li Pang in dem Fall. Also zwei, der eine war dann immer Premierminister und der andere war der Generalsekretär der Partei. Aber trotzdem, allein von der Ikonografie hier sieht man ja, also es war symbolische, tatsächlich ein Kollektiv. So, und dann geht das so über die Jahre hinweg. Sie sehen es, dann kommt plötzlich die Farbe, kommen die ersten Farbdinger. So, wo sind wir hier? Das hier ist Xi Jinping. Das ist das Jahr, von dem ich erzählt habe, als ich angekommen bin und Xi Jinping, gemeinsam mit Xi Jinping, sind wir in Peking angekommen und Xi Jinping wurde Parteichef. der KP-China und am nächsten Tag, November 2012, oh, Entschuldigung, hatte die Volkszeitung diese Titelseite und Xi Dimpings Foto ist ein kleines bisschen größer als all die anderen und trotzdem ist es immer noch so, gleicher unter Gleichen so ein bisschen. Und jetzt schauen Sie sich das nächste an, fünf Jahre später, November 2017, zum allerersten Mal seit Mao ist wieder ein Mann allein auf der Titelseite. Ja? Ja? Nochmal fünf Jahre später, November 2022, der letzte Parteitag, vor eineinhalb Jahren, Xi Jinping, ganz allein, fast genau das gleiche Layout wie fünf Jahre zuvor. Jetzt schauen Sie sich mal das an. Neun verschiedene Zeitungen. Das ist nicht neunmal dieselbe Zeitung. Verschiedene Zeitungen. Gleichschaltung, die totale Gleichschaltung. Was hat Xi Jinping gemacht in diesen Jahren? Xi Jinping hat ganz viel von diesen Reformen von Deng Xiaoping rückgängig gemacht. Er hat die Macht wieder zentralisiert. Wir haben wieder eine Ein-Mann-Diktatur zum allerersten Mal seit Mao. Was wir nicht haben, ist die Rückkehr von Mao. Ja, das ist auch wichtig. Manche Zeitungen haben geschrieben in den ersten Jahren, gerade viele angelsächsischen Zeitungen, Xi Jinping is the new Mao. Das ist Quatsch. Ja, Xi Jinping ist nicht der neue Mao. Xi Jinping ist ein völlig anderer Typ als Mao. Mao war so der ewige Rebell. Mao hat Chaos geliebt. Deswegen, wenn es seiner Macht gedient hat, er hat das Land mit Absicht ins Chaos gestürzt, in die Kulturrevolution, in den großen Sprung nach vorne, wenn es seiner Macht gedient hat. Xi Jinping hasst das Chaos. Xi Jinping ist ein Control-Freak, ein absoluter Control-Freak. Er ist ein Fetischist für Stabilität. Aber er macht trotzdem viele Dinge wie Mao. Er bringt, also er zentralisiert die Macht wieder. Er bringt die Ideologie zurück. Er geht mit dem Rasenmäher über all diese Nischen, die sich entwickelt hatten und die dazu geführt haben, dass wir alle, die wir da geliebt haben in diesen Zeiten und Sie vielleicht waren auch für Ihre Unternehmen dort mal oder als Tourist. Und warum wir China so toll waren, weil da plötzlich diese tollen Leute waren, die sich auch entfalten konnten, die ja irre sind. Also die Chinesen sind ja Wahnsinn. Wenn man denen ein bisschen Freiraum lässt, was die schaffen und mit welchem Unternehmergeist, also sowohl in der Wirtschaft als auch in der Kunst, als auch in der akademischen Welt, die zu Werke gehen und was die zu leisten imstande sind, das ist ja das Tolle. Also warum habe ich es da so lange ausgehalten, trotz dieser kommunistischen Partei? Wegen des chinesischen Essens natürlich einerseits. Bestes Essen der Welt. Aber auch wegen der Leute. Also meine besten Freunde sind bis heute Chinesen. Und jetzt plötzlich kommt der und geht mit dem Rasenmäher drüber und es wird die Presse wieder gleichgeschaltet. Es gab auch investigative Journalisten, plötzlich die in diesen Jahren raus. Es gab Leute, die über Korruptionsskandale geschrieben haben, die die Limits ausgetestet haben. Es gab Debatten im Internet, all diese Dinge. Jetzt kommt der Xi Jinping und wie gesagt geht mit dem Rasenmäher drüber. Alles wieder abgeschafft. Totale Gleichschaltung der Gesellschaft. Er bringt die Repression zurück. Ich habe gerade gesagt, er ist nicht wie Mao, aber er ist der mächtigste Führer seit Mao und er hat die Repression in einem Ausmaß zurückgebracht, wie wir es seit Mao nicht mehr gesehen haben. Und nicht nur die Repression, woran ich das selber gemerkt habe, also zwei, wie gesagt, Sommer 2012 bin ich zurück. In den ersten drei Jahren, bis Ende 2015, Anfang 2016, waren schon sechs meiner, zwei waren Freunde, zwei Bekannte und zwei waren Interviewpartner, die ich ein bisschen näher kannte. Sechs Leute, die ich näher kannte, die im Gefängnis gelandet waren, innerhalb von drei Jahren. Also es ist immer wieder, auch früher passiert, dass Leute, die ich kannte, im Arbeitslager oder im Gefängnis gelandet sind. Aber sechs in drei Jahren, das war eine neue, also das hat man schon gemerkt, boah, da passiert was. Da passiert was. Er hat aber nicht nur, ach so, hier von wegen Mao, er erborgt sich, ja, die Symbolik von Mao, die Ikonografie ist schon erstaunlich. Erstaunlich. Er hat die Ideologie zurückgebracht, ja, mit einem Mal, ja, all die Jahre, wir fanden ja, was wir so toll fanden an der KP, war ja auch dieser sagenhafte Pragmatismus, ja, wieder so, und denkst ja auch, Hingspruch, völlig egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist, Hauptsache sie fängt Mäuse, ja, übersetzt eben völlig wurscht, ob wir uns Kommunisten nennen oder was auch ist. Also wir machen das, was die Wirtschaft nach vorne bringt, ja. Und immer wenn es zu einem Konflikt kommt, zwischen Wirtschaft und Politik, in diesen Jahren hat sich, nicht immer vielleicht, aber in der Mehrzahl der Fälle, die Wirtschaft durchgesetzt, auch wenn es auf Kosten eines Kontrollverlustes der Partei war, weil man gesagt hat, Wirtschaftswachstum ist das Wichtigste, plötzlich ist das alles anders wieder. Primat der Ideologie, Primat der Politik, plötzlich ist die Politik wieder wichtiger als die Wirtschaft und die Ideologie kommt zurück. Zum einen der Marxismus, plötzlich müssen die Leute wieder an den Universitäten, an den Schulen, in den Betrieben, in den Staatsbetrieben natürlich vor allem, in den Ministerien, Freitagnachmittags wieder zur Marxismus-Schulung. An den Universitäten werden neue Marxismus-Fakultäten wieder eröffnet, gebaut, hochgezogen, mehr Professorenstellen für Marxismus, aber nicht nur für Marxismus, sondern für eine besondere Spielart, die eine angeblich Unterform oder eigentlich eine Weiterführung des Marxismus in unsere Zeit, eigentlich die Blüte des Marxismus, eigentlich das der Höhepunkt des Marxismus überhaupt, nämlich dieses rote Büchlein hier, das ist nicht die Mao-Bibel, das ist nicht die rote Mao-Bibel, das ist die Xi Jinping-Bibel, das sind die Xi Jinping-Gedanken. Plötzlich gibt es Schulfächer und Universitätsfakultäten, die lehren das Xi Jinping-Denken. Plötzlich steht das Xi Jinping-Denken in der Verfassung der Volksrepublik China und in den Statuten der Kommunistischen Partei, das hat sich ja auch keiner getraut seit Mao mehr. Noch zu Lebzeiten, seine eigenen Gedanken, es sind natürlich nicht seine eigenen Gedanken, ist klar, der hat Ghostwriter, dieses Führenschreiben, ist ja klar. Aber noch zu Lebzeiten, das Xi Jinping-Denken in die Verfassung aufzunehmen, was heißt denn das? Das heißt, wenn ich Xi Jinping kritisiere heute, dann bin ich automatisch ein Staatsfeind und ein Feind der Partei. Es gibt aber nicht nur ein kleines rotes Büchlein, es gibt auch eine kleine rote App. Xi Lernen und das Land stark machen, die meist heruntergeladene App in China Anfang 2020 oder 2019, bin mir nicht mehr sicher. Es gibt mittlerweile hunderte von diesen, das ist die populärste immer noch, wo nicht nur die ganze Propaganda, alle Reden, die Xi Jinping jemals gehalten hat, alle Videos, die es über ihn gibt, dicke Wälzer, er ist ja übrigens auch, das ist auch, da habe ich ein Stück fürs SZ-Magazin drüber geschrieben, Xi Jinping ist einer der fleißigsten Schriftsteller der Welt überhaupt. Wissen Sie, wie viele Bücher dieser Mann geschrieben hat in den letzten zehn Jahren? Bücher, oder sagen wir mal, veröffentlicht, unter seinem Namen, als mit dem Autor Xi Jinping. 130 habe ich gezählt, in zehn Jahren. Und zwar nicht nur über die Fortentwicklung des Marxismus auf Xi Jinping, sondern Xi Jinping über die Frauenfrage, Xi Jinping über die Verwaltung der Wasserressourcen, also irre, absolut irre, ganz toll. All das finden Sie in dieser App und das Tolle an der App ist, man liest nicht nur passiv, sondern man macht Quizze und plötzlich im ganzen Land, warum war das die meist heruntergeladene App? Weil alle Parteiorganisationen und die Lehrer und die Universitätsprofessoren und die Parteifunktionäre in ihre Untergebenen befohlen haben, so, ihr geht jetzt nach Hause und über das Wochenende, ihr kommt am Montag erst wieder, wenn ihr 285 Punkte geschafft habt. Sprich, du musst dich also fünf, sechs Stunden zu Hause hinsetzen mit der App irgendwie und deine Punkte zusammenkriegen. Du musst dann die Fragen beantworten, du kriegst Punkte dafür, wie viele Stunden du dir Videos anguckst und so. Die Chinesen sind nicht blöd, gell? Ich hatte dann auch Freunde, die dann kurze Zeit später einfach dazu übergegangen sind, zum Beispiel, während sie in der Dusche waren, einfach das Video, das Handy vor die Dusche gelegt und das Video laufen lassen irgendwie. Das hat aber nur kurz funktioniert, weil die Propaganda, Propaganda-Leute sind auch nicht blöd, haben das dann auch schnell gemerkt. Mittlerweile läuft die App mit Gesichtserkennung und checkt alle, jede Minute einmal oder alle zwei Minuten, und dass du da auch wirklich bist vor der App. Personenkult, plötzlich singen die Leute wieder Lieder und malen Ölgemälde. Das ist mein Haus. Zwei Wochen nach dem Einzug in das Haus tauchten diese Kameras auf, die in meinen Hof rein. Ja, Gesichtserkennung, da will ich jetzt gar nicht zu viel, vielleicht nur zwei, drei Sätze für die, das ist natürlich das sexieste Thema überhaupt. Da kann man, wenn sie es interessiert, nachher noch viel drüber reden, aber das will ich jetzt heute nicht groß zum Thema machen, aber wir müssen es kurz streifen natürlich. Künstliche Intelligenz, Big Data. Ich dachte ja, als ich dieses Buch schrieb, ich habe Ihnen erzählt, das Buch hat sich mir aufgedrängt im November 2016, als Trump Präsident wurde der Vereinigten Staaten. Ich dachte, okay, jetzt muss ich ein Buch schreiben über die klassischen Mechanismen der Diktatur. Wie funktioniert Diktatur? Wie benutzen Autokraten die Sprache, die Worte, die Begriffe? Wie lügen sie? Wie funktioniert Zensur? Wie funktioniert Propaganda? Wie funktioniert kollektive Amnesie? Dass ich dem Volk immer wieder befehle, alle paar Jahre oder auch alle paar Monate während Corona, wie schnell das geht, zu vergessen, alles zu vergessen. Über Nacht ist alles ausgelöscht. So, das wollte ich eigentlich machen und das war, wie gesagt, im November 2016 und dann plötzlich im Frühjahr 2017 kam der Staatsrat raus mit dieser Richtlinie zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz und Big Data und das war wie so ein Urknall. Das war irre. Also in diesem Papier steht wortwörtlich drin bis zum Jahr 2023, glaube ich, oder 2025, nee, 2023, holen wir die fortgeschrittensten Nationen dieser Erde ein im Feld künstlicher Intelligenz, also Klammer auf die USA und bis zum Jahr 2030 werden wir Nummer 1 weltweit und das Ergebnis war, dass wirklich über Nacht hat es Geld geregnet und es sind Startups aus dem Boden geschossen. Wie nochmal, ich habe zwei, dann meine letzten zwei Jahre in China nichts anderes mehr gemacht als dem Thema künstliche Intelligenz und Big Data nachzuspüren. Das war super interessant. Das war super spannend und es hat natürlich zwei Dimensionen. Da geht es nicht nur um den Überwachungsstaat. Schon klar, es geht auch um Wirtschaftsentwicklung natürlich. Die Chinesen haben gesagt, wir haben die letzte industrielle Revolution verpasst vor 170, 180 Jahren. Deswegen wurden wir gedemütigt von den westlichen Ländern. Ja, plötzlich, das kleine England kommt mit den Kanonenbooten und nimmt uns Hongkong weg. Die Deutschen kommen, nehmen uns Qingdao weg und so weiter. Und 150 Jahren. Wir, die Nation, die doch eigentlich die größte Nation des Erdballs war, über 1.000, 1.500, 2.000 Jahre hinweg. Das ist doch eigentlich unser angestammter Ort und plötzlich wurden wir gedemütigt von diesen europäischen Nationen und später von den USA. Das passiert uns nicht nochmal. Und das Schlagwort von Xi Jinping, dass die Losung seiner Regierung ist der chinesische Traum. Wir erfüllen den chinesischen Traum. Das ist was völlig anderes natürlich als der American Dream. Es geht nicht um das Glück des Individuums, sondern es geht um die, wortwörtlich, die Wiedergeburt der großen chinesischen Zivilisation. Also China geht zurück auf seinen angestammten Platz und wird die Nummer 1 in der Welt. Und ja, das Digitale, also die künstliche Intelligenz, die Informationstechnologien sollen uns dabei helfen, wirtschaftlich und praktischerweise perfektionieren sie auch den Überwachungsstaat. Und dazu nur ein, zwei Sätze vielleicht. 2018, als ich weg bin in dem Jahr, hat die Volkszeitung einen Tweet abgesetzt. Den finden Sie heute noch, wenn Sie das googeln, auf Englisch. Also Twitter ist in China selbst verboten. Die tweeten auf Englisch, weil sie unsere Plattform natürlich benutzen für ihre Propaganda, für ihre Auslandspropaganda. Und sie haben das ganz stolz getweetet. Unser Skynet, also unser Himmelsnetz, das ist deren Wort für das Netzwerk von Überwachungskameras, und zwar smarte Überwachungskameras, die alle mit Gesichtserkennung funktionieren, eben mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen. Unser Skynet ist heute schon so gut, 2018, dass es jeden Einzelnen unserer 1,4 Milliarden Bürger im Laufe von einer Sekunde identifiziert, wenn der auf die Straße tritt. Das ist natürlich mal eine Ansage. Und als ich das gelesen habe, damals war ich auch so, uh, krass. Also denkst du erst mal, uh, scary und so. Sehr schnell war ich damals noch, dachte ich so, oh, nee, glaube ich gar nicht. Also, weil auch die Chinesen ist ein riesiger bürokratischer Apparat, ja, bei all dem Gerede über die Effizienz dieser weisen Diktatur irgendwie, also, die haben auch viele Probleme. Und eins der Probleme bei so einer Bürokratie ist zum Beispiel, dass die einzelnen Regionen arbeiten nicht miteinander zusammen und die Städte arbeiten nicht miteinander zusammen. Es ist wahnsinnig schwierig, auch für die so eine einheitliche Datenbank im ganzen Land aufzubauen. Also, damals war ich der feste Überzeugung, nee, stimmt gar nicht. Aber sehr schnell kann dann der nächste Gedanke, der eigentlich der entscheidende Gedanke, es ist völlig wurscht, ob das stimmt oder nicht. Ein ganz anderer Punkt ist viel wichtiger. Nämlich, ob du glaubst, dass es stimmt, ja, ob sie glauben, dass es stimmt. In dem Moment, das ist das Prinzip, ja, das ist dieses, dieses Prinzip des Panoptikons, ja, das Prinzip, dieses allmächtige, allgegenwärtige, allsehende Auge, das über uns schwebt, das muss gar nicht in jedem Moment auf uns herabgucken und uns zuschauen, ja. Es reicht in uns selbst der Verdacht oder die Ahnung, es könnte jetzt gerade gucken in diesem Moment, damit wir unser Verhalten ändern, damit wir uns selbst zensieren. Und das ist ein wesentlicher Teil dieser ganzen neuen Kontroll- und Informationstechnologien, wenn sie für die Überwachung benutzt werden, dass sie, dass sie die Kontrolle internalisieren, ja, dass wir den Polizisten und den Gefängniswärter selber spielen für uns. Dann brauchst du nämlich gar nicht mehr so viele Polizisten an der Straßenecke draußen. Das ist nur, um dieses Bild zu erklären, irgendwie, das war eine der ersten Anwendungen, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, das war auch oft im, ich weiß nicht, Auslandsjournal und alle möglich, das war auch 2018 ging das los, das ist, glaube ich, Shenyang, ja, Shenyang steht, das ist eine Stadt im Nordosten, da ist auch, glaube ich, BMW, BMW und Audi sind da auch deutsche, deutsche Autohersteller. Diese Videoschirme gab es aber da schon in vielen Städten in China, das sind Videoschirme, die überwachen, ob einer bei Rot über die Ampel geht, über die Straße geht. Und in dem Moment, wo sie über die Straße laufen, irgendwie, erscheint ihr Gesicht auf diesem Bildschirm, aber es erscheint nicht nur ihr Gesicht, ja, das sieht man jetzt leider auf dem Foto nicht zum falschen Zeitpunkt abgedrückt, da erscheint nicht nur ihr Gesicht, sondern in der nächsten Einstellung erscheint ihr Name und ihre Ausweisnummer, während sie noch auf der Straße sind. Jetzt muss ich mal kurz ein Punkt noch, also warum die digital, dieser digitale Überwachungsstaat schon wichtig ist, weil was ich Ihnen am Anfang erzählt habe, wie der Xi Jinping das Land umgekrempelt hat, was der da gemacht hat, dieses China, das für uns alle so neu war, das aber natürlich, eigentlich, ja, diese erste Hälfte der Instrumente, die ich Ihnen aufgezählt habe, das ist ja alles aus den 50er Jahren, ja, das ist ja alles die alte Diktatur sozusagen, ja, die Repression zurückbringen und die Propaganda und die Zensur und die kollektive Amnesie, damit hat die Kommunistische Partei auch schon immer gearbeitet, also eigentlich hat der Xi Jinping einen Teil dessen, was er gemacht hat, er hat einen großen Schritt zurück in die 50er Jahre gemacht, ich sage bewusst nicht 60er Jahre, weil das war Kulturrevolution in China und wie gesagt, Kulturrevolution hat der nicht gemacht, der Xi Jinping, aber mit diesem ganzen Digitalen, ja, mit dem, dass die Regierung sich in die Informationstechnologien stürzt und auch da eben die Diktatur neu erfindet, das ist eben etwas, wo er einen Schritt ganz weit vorne macht, das hat noch niemand gemacht auf diesem Planeten, so und schon gar nicht in diesem Ausmaß, wie die chinesische Regierung gemacht hat, es gibt auf dem ganzen Erdball keine zweite Regierung, die sich so in diese neuen Informationstechnologien stürzt, wie die chinesische, auch die amerikanische nicht, weil wir wissen alle, in den USA macht das ja nicht die Regierung, in den USA machen das Privatunternehmen und der Xi Jinping kombiniert das beides und daraus erwächst dieser, dieses neue China, ja, das wirklich von seiner Verfasstheit her ein Wesen ist, das es so wirklich noch nicht gegeben hat, der erfüllt sich wirklich den Traum, den eigentlich jeder autoritäre Herrscher jemals hatte und er ist vielleicht der Erste, der es schafft, nämlich wirklich jeden, alle seiner Untertanen zu jedem Moment, ja, allumfassend und lückenlos kontrollieren zu können, das ist schon irre, ja, und damit macht er was gleichzeitig und gleichzeitig auch übrigens mit Propaganda-Slogans, wie, also es ist auch ein Slogan, der ist nicht ganz neu, den gab es früher auch schon in Zuma-Aus-Zeiten, aber in den 35 Jahren, in denen ich mich mit China befasst hatte, habe ich den nicht gehört, als offizielle Regierungs-Slogan und plötzlich kam der wieder zurück, ja, so 2016, 2017 plötzlich und zwar auf allen Ebenen, Nationalregierung, aber ich habe ihn das erste Mal vom Pekinger Bürgermeister, als der dann gesagt hat, wir müssen, Tungi Sishang, wir müssen die Gedanken vereinheitlichen, wir müssen wieder die Gedanken, alle müssen das Gleiche denken und zwar den einen Gedanken, den die Partei vorgedacht hat, natürlich, ja, was da passiert gerade ist, also, China war immer eine Diktatur, all die Jahre, auch in den, Anführungszeichen, guten Jahren, in den Jahren, wo wir gedacht hatten, ja, Sie hatten es vorher erwähnt, Wandel durch Handel, diese Fantasie, die viele von uns hatten, ja, und gerade, sage ich mal, unter der Schröder-Regierung hat es den Höhepunkt erlebt, irgendwie, da wurde viel darüber geredet und es waren Jahre, in denen die Leute sich gar nicht mehr so richtig getraut haben, China eine Diktatur zu nennen, das war auch interessant, ja, ich habe immer geschrieben, dass es eine Diktatur ist, weil es immer eine Diktatur war, ja, es war immer eine Einparteiendiktatur, aber es war sehr lustig, doch zu beobachten, irgendwie, wie sich viele Leute gewunden haben, all die Jahre, ja, und wie sie versucht haben, wie man versucht hat, andere Wörter zu finden und autoritäres, autoritäre Regierung, irgendwie sowas, ja, weil das Wort Diktatur schien doch ein bisschen eklig zu sein und wir machen ja schließlich Geschäfte mit denen, wir profitieren ja von denen und dann sind wir ja selber ein bisschen eklig, oder, und dann verwenden wir lieber das Wort nicht, also das war sehr absurd, auch zum Teil diese akrobatischen Sprachkünste da zu beobachten, China war immer eine Diktatur, vor allem das Lustige ist ja, auch in all diesen Jahren, in denen wir ja nicht getraut haben, China eine Diktatur zu nennen, die Partei selber hat sich immer eine Diktatur genannt, es steht in Paragraph 1 der Parteistatuten, es steht auch in Paragraph 1 der Verfassung der Volksrepublik China, wir sind die demokratische Diktatur des Volkes, bei uns regiert die Diktatur des Proletariats, also die haben sich nie um diesen Begriff herumgedrückt, wir schon, also, es war immer eine Diktatur, aber eins war es nicht, eins war es nicht all die Jahre, es war kein, und das haben auch manche als Kampfbegriff benutzt, so kalte Krieger, es war kein totalitärer Staat, ein totalitärer Staat, ein Staat, der unter die, der noch in die letzten Windungen deines Gehirns kriecht, ein Staat, der unter deine Bettdecke kriecht und unter deinem Kopfkissen, war China zuletzt unter Mao Zedong, ja, und damals haben das deine Verwandten, deine Kinder, ja, die, die haben das übernommen und heute machen es diese Geräte, ja, und was wir jetzt sehen, ist die Rückkehr des Totalitarismus in China, es ist wieder, es wird wieder ein totalitärer Staat, es ist wieder ein totalitärer Staat, aber ein viel smarterer als früher, es ist viel smarter, weil, anders als, ja, Stalins Russland war ein totalitärer Staat, Maos China war ein totalitärer Staat, damals war ein wichtiges Herrschaftsinstrument des Totalitarismus der, der alltägliche Terror, ja, die Leute mussten zitternd ins Bett gehen, abends, und zitternd morgen aufwachen mit dem Gedanken, bin ich der Nächste, den es erwischt. So ein Staat ist China heute nicht mehr, es ist ein viel smarterer Totalitarismus, einer, der auf diese Erfahrung des Alltagsterrors verzichtet, einer, der sich digitalisiert hat. So, das ist das neue China, mit dem wir es zu tun haben. Und jetzt bin ich am Ende meiner 45 Minuten und habe noch gar nicht angefangen mit der zweiten Hälfte, aber ich will wenigstens die Einleitung sprechen, bevor Sie dann Ihre Fragen stellen dürfen, weil eigentlich wollen wir ja darüber reden, was hat denn das mit uns zu tun, das Ganze. Dieses neue China ist nicht nur innerlich ein neu verfasster Staat, einer, der mit dem China von Reform und Öffnung fast nichts mehr zu tun hat, das wir 40 Jahre lang begleitet haben. 2017, Sie erinnern sich, das eine Foto von der Volkszeitung, wo Xi Jinping zum allerersten Mal der alleinige große Kopf war, das war gleichzeitig der Parteitag, an dem Xi Jinping zum allerersten Mal zu erkennen gegeben hat, dass jetzt auch die lang gepflegte Zurückhaltung auf der internationalen Bühne ein Ende hat, wo er wortwörtlich gesagt hat, wir marschieren jetzt wieder ins Zentrum der Welt, hat er wortwörtlich gesagt, wir schenken der Welt die chinesische Weisheit, und mit chinesischer Weisheit meint er natürlich nicht Laozi und nicht Konfuzius und nicht Feng Shui, sondern es sind die Normen und Werte einer leninistischen Diktatur. Und das ist die Herausforderung. Und zwar, wenn wir uns mit einem Mal einem China gegenübersehen, dass aktiv die Weltordnung neu gestalten will eigentlich und einer kommunistischen Partei, die das tut, die versucht, die Welt neu zu ordnen in ihrem Bilde auch. Und das ist ein Problem für uns, weil natürlich, wir haben ja, also wenn Sie sich erinnern, viele Jahre hat der Westen ja versucht, China aufzufordern, doch mitzumachen. Es waren diese Jahre vor Xi Jinping, als man dachte, man könnte China einbinden, das war das große Wort. Immer wieder hat man gesagt, Mensch, mach doch mit, mittlere Osten bei dem Problem, Finanzkrise und so. Ihr seid jetzt die fünftgrößte, die viertgrößte, die drittgrößte, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, helft uns doch mit und lasst uns doch zusammen. Die waren immer und die Chinesen waren immer, die Antwort war immer, ah, nee, 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 wir kümmern uns lieber um. Wir wollen überhaupt nicht, ja, wir bleiben in unseren eigenen Grenzen und wir kümmern uns darum, erst mal, dass es unserem eigenen Land gut geht. Also man hätte nichts dagegen gehabt, wenn China mitmacht. das Problem im Moment ist, dem wir uns gegenüber sind, dass wir uns jetzt einem China gegenüber sind, das tatsächlich die Spielregeln ändern will und das mit dieser multilateralen, regelbasierten Weltordnung, die uns ja nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erst unser Wirtschaftswunder und aber auch die vielen Friedensjahre beschert hat, mit dieser Weltordnung kann die Kommunistische Partei China gar nicht mehr so viel anfangen. Die wollen ganz eigene Dinge machen und was wollen sie machen? Da können wir jetzt gern ein bisschen drüber reden. Ich war, als ich Ende 2018 raus bin aus China, ein bisschen und als dieses Buch erschien ist, ich habe das eben, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, man muss alle an den Schultern packen und sie wachrütteln, weil keiner hinschaut, weil alle geschlafen haben. Das hat sich geändert. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Die Leute sind mittlerweile und der Ukraine-Krieg hat natürlich dazu beigetragen, aber auch Corona, würde ich sagen, da waren zum allerersten Mal kamen da Zweifel raus, wie China sich verhält in der Welt. Mittlerweile sind doch viele Leute in der Gesellschaft, aber auch in der Politik aufgewacht, aber ich sage mal, das ist ein Ringen, in dem wir uns jetzt, wir sind da mittendrin, es geht jetzt wirklich um unsere Zukunft, es geht um die Zukunft unserer Kinder, es geht tatsächlich tatsächlich um die Zukunft der Demokratie, es geht aber auch um unsere wirtschaftliche Zukunft und also um Fragen der nationalen Sicherheit, um Fragen aber auch der Wirtschaftssicherheit und vielleicht ganz zum Schluss, weil das Wort Zeitenwende der Anklag, ich war die letzten vier Jahre Korrespondent in Skandinavien, aber auch für das Baltikum zuständig und eigentlich war das Baltikum fast interessanter als Skandinavien und ich war zufällig im Monat nach dem Kriegsausbruch, was heißt zufällig, natürlich nicht zufällig, sondern ich bin dann mit Absicht dahin gefahren in Litauen, ich war länger in Litauen und da die Stimmung und natürlich, Sie werden sich erinnern, irgendwie haben wir wahrscheinlich auch drüber gelesen, die Balten war natürlich, erstens sind sie viel, viel näher dran, viel mehr betroffen von dem, was da passiert als wir und gleichzeitig aber auch von diesem, war dann dieser Reflex, wir haben es euch gesagt, wir haben es euch all die Jahre gesagt und ihr wolltet nicht hören, vor allem ihr Deutschen nicht, ihr wolltet nicht hören, ihr mit eurer Naivität, und wie gesagt, ich war dann Kriegsausbruch, 24. Februar, ich war ein paar Wochen später im März dort und ich war genau dort, als Olaf Scholz seine Zeitenwende-Rede hielt und das war wahnsinnig spannend, also es war natürlich eine wahnsinnig spannende Rede, alle haben applaudiert plötzlich, alle waren total, oh Wahnsinn, guck mal die Deutschen, guck mal die deutsche Regierung, plötzlich stellt sich einer hin, irgendwie und, und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann so einen Politikwissenschaftler interviewt und an dem Morgen hatte der auf seinem Facebook in Vilnius, einen litauischen Professor, hatte der auf seinem Facebook-Account geschrieben auf Englisch, it's hard German day, also umarmt alle einen Deutschen, ja, weil endlich haben sie es kapiert, die Deutschen und ich fand das auch toll, ja, endlich Schluss mit dieser Naivität und so und trotzdem stand ich da und habe gewartet, und dachte immer so, und? Was kommt jetzt? Wann kommt's? Nämlich was? die beiden Fragen, die wir uns alle da gestellt haben, die Scholz für uns gestellt hat, die wir uns aber alle selber gestellt haben, Frage Nummer eins, verdammt nochmal, wie naiv waren wir eigentlich, ja? Warum haben wir die Natur dieses Regimes nicht erkannt, obwohl es so viele Zeichen gegeben hat, die Kriege davor, Tschetschenien, Georgien, die Morde in London, die Morde im Berliner Tiergarten, die Art und Weise, wie er mit seinem eigenen Volk übergegangen ist, wie blöd, wie naiv waren wir eigentlich? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, um Himmels Willen, wie abhängig sind wir? Ja? Und, was war die Frage, die ich mir gestellt habe? Die beiden Fragen, wie naiv waren wir eigentlich? Wie naiv sind wir eigentlich? Und zweitens, um Himmels Willen, wie abhängig sind wir eigentlich? Das sind die zwei Fragen, die wir noch viel mehr China gegenüber stellen müssen als Russland, weil unsere Abhängigkeit China gegenüber eine ungleich größere ist. Es ist eine andere, es ist keine Energieabhängigkeit, es ist eine Exportmarktabhängigkeit und eine Lieferkettenabhängigkeit und trotzdem sind wir China gegenüber sehr viel erpressbarer, als wir das Russland gegenüber jemals waren. Und jetzt höre ich auf und Sie dürfen Ihre Fragen stellen. Ja, vielen Dank. Wir kommen zur Diskussion und ja, wenn Sie eine Wortmeldung haben, machen Sie sich bitte kenntlich. Die Frau in der letzten Reihe, nennen Sie bitte Ihren Namen und ich darf Sie bitten, keine Co-Referate zu halten. Ich habe nur eine Frage. Eckenberger ist mein Name. Ich habe nur eine Frage. Warum haben Sie Putin nicht erwähnt und Russland? Den habe ich mir jetzt aufgehoben. Sie haben nur Trump genannt und so getan, als ob der Kapitalismus das A und O. Nein, Sie haben völlig recht. Aber ich habe das, glaube ich, gesagt. Ich habe gesagt, wir sind in diesem perfekten Sturm, wo Trump und die Rechtspopulisten in unserer eigenen Mitte versuchen, die Demokratie zu unterwandern und auf der anderen Seite die Russen, Russland und China. Und das ist, ich sage mal, in der öffentlichen Wahrnehmung war sehr lange Russland dominierend und zwar, ich würde mal sagen, seit den Trump-Wahlen. Die Wahlen von Trump 2016 und der Brexit. Das waren die beiden demokratischen Entscheidungen im Westen, wo plötzlich, wo man plötzlich gemerkt hat, ach du Scheiße, da haben die Russen mitgespielt mit ihren Trollfabriken. Wissen Sie übrigens, diese Trollfabrik in St. Petersburg, ich weiß nicht, ob ich über die mal gelesen habe, irre, absolut irre, was die vollbracht haben 2016 bei den Wahlen. Wie die es geschafft haben, in Amerika Stimmung zu machen, wie die Facebook-Seiten aufgemacht haben als angebliche texanische Patrioten gegen den Islam in Texas. Gleichzeitig haben sie eine Webseite aufgemacht als texanische Muslime gegen die Diskriminierung und dann Demonstrationen organisiert von St. Petersburg aus in Houston, wo sich die Leute dann in Houston auf der Straße die Köpfe eingeschlagen haben, angestachelt von St. Petersburg aus. Also irre, diese Trollfabrik in St. Petersburg ist deshalb natürlich so schön, weil sie so ein bildliches Beispiel dafür ist. Also mittlerweile sitzen die wahrscheinlich nicht mehr in einem Haus. Da war das echt so, da haben die mit Stempelkarte in dieses Haus rein und wissen Sie, wissen Sie, wer diese Trollfabrik aufgebaut hat in St. Petersburg? Prigorshin, ganz genau, der Wagner-Chef, das war die allererste Wagner-Kreation und mit irrem Erfolg, ja, also, dass russische Trolle mit dazu beigetragen haben, dass Trump gewählt wurde und dass der Brexit stattgefunden hat, ist, glaube ich, mittlerweile tatsächlich Stand der Debatte. der Punkt ist, also damals eben, 2018 haben schon viele über die Russen geredet, aber noch keiner über China und das hat mich ein bisschen frustriert, weil ich mir dachte, Wahnsinn, 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 ihr redet die ganze Zeit über die Russen und die haben natürlich wahnsinnig viel schon Destruktives gemacht, aber keiner redet über China, wo China doch in gewisser Weise sehr viel ähnliche Dinge macht, auf viel breiterer Basis, viel breiter aufgestellt, mit viel größeren Ressourcen, weil China natürlich das weitaus wirtschaftlich mächtigere Land ist als Russland. Die Volkswirtschaft China ist ja ein Vielfaches größer als die Russland, die haben viel mehr Ressourcen und während die Russen sich vor allem konzentriert haben, sehr effektiv, muss man sagen, also darauf, die sozialen Netzwerke mit ihren Trollen zu unterwandern, haben die Chinesen viel, viel smarter, viel breiter, sind in unsere Universitäten, sind in unsere Medien, sind in unsere Unternehmen, sind in unsere Thinktanks und haben viel mehr als die Russen das gemacht, was die Engländer Elite Capture nennen, nämlich unsere Politiker gekauft. Ja, also Gerhard Schröder ist natürlich ein Fall von Russland ein Beispiel, aber dass die Chinesen das auf viel breiterer Front gemacht haben, als die Russen das jemals gemacht haben. In jedem Land, in Frankreich, Jean-Pierre Raffarin, in England, David Cameron, jetzt wieder Außenminister, aber nachdem er in Ruhestand gegangen ist als Premier, also Schröder ist zu Gazprom und Cameron, Cameron hat die Stelle gekriegt als Vize-Chef von einem Milliarden-Hedge-Fonds, der in die neue Seidenstraße investiert hat, von Chinas Gnaden. Und in Deutschland, ich weiß nicht, ob Ihnen die Namen einfallen, deutsche Politiker, die sehr viel Geld mit China verdienen. Christian Wulff, genau, ist ein Beispiel gewesen und noch ein viel größeres ist Rudolf Scharping. Ja, dieser. Und jetzt geht es aber natürlich viel weiter. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg und plötzlich haben wir ein China, das lange so getan hat, wir sind neutral, wir machen sogar Friedensein. In Wirklichkeit ist natürlich China ein Alliierter, ein Verbündeter Putins. Ein Monat, bevor der Krieg losging, war Putin in Peking bei den Olympischen Spielen und sie haben sich gegenseitig eine Freundschaft ohne Grenzen, grenzenlose Freundschaft versprochen. Nachdem der Krieg ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gelaufen war schon, haben sie sich wieder getroffen Xi Jinping ist nach Moskau gereist und hat in Moskau zu Putin gesagt, wir befinden uns in einer Situation, in einer geschichtlichen, in einer historischen Situation, die alle 100 Jahre nur einmal vorkommt und wir beide werden die gemeinsam, diese Gelegenheit gemeinsam ergreifen. also für Xi Jinping ist ganz klar, also Putin, Putin braucht jede Hilfe, die er kriegen kann und die aus China ist die einzige, die er kriegen kann. Von Chinas Seite aus ist es mittlerweile so, dass Putin der Alliierte ist, auch im geostrategischen Ringen gegen die USA und deshalb stehen die an der Seite Russlands. Es ist nicht so, als ob das eine Herzens, das ist keine leidenschaftliche Liebe von beiden Seiten. Es gibt ein historisches Misstrauen zwischen beiden Ländern, es gibt eine Geschichte gegenseitiger Kriege und so weiter, aber der Opportunismus der Zeit und das kann viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte andauern, diktiert den beiden, dass sie sich als beste Freunde sehen im Moment. Das bedeutet im Ergebnis, dass China tatsächlich zwar, wenn Sie sich erinnern an die letzte Münchner Sicherheitskonferenz, da hat der amerikanische Außenminister Blinken gesagt, seinem chinesischen Kollegen, dem Wangi, die waren beide dieses Jahr wieder da, aber der Showdown war letztes Jahr, vor einem Jahr, hat er gesagt, in dem Moment, wo ihr lethal assistance leistet, also, wo todbringende Waffen geliefert werden, ist eine rote Grenze überschritten, dann gibt es Sanktionen, Riesensanktionen und einen endgültigen Bruch auch mit China. Das hat China bis heute nicht gemacht, aber ich habe gerade die letzten Zahlen heute mir nochmal angeschaut, 230 Milliarden ist mittlerweile das gegenseitige Handelsvolumen, allein im Vergleich zum letzten Jahr ein Plus von 25 Prozent. China ist eingesprungen, überall da, wo der Westen ausgefallen ist. China liefert vor allem Dual Use. Güter. Also das heißt, die liefern Elektronik, aber auch Maschinerie und Fahrzeuge und alles mögliche und Drohnen, übrigens auch, die angeblich zivil sind, aber im Krieg gegen die Ukraine genutzt werden können und genutzt werden. Und sie machen noch mehr, das ist fast, das ist natürlich, wenn man kein Chinesisch spricht, aber wenn sie in die sozialen Netzwerke gehen in China und so, China verbreitet eins zu eins mit Copy und Paste die russische Propaganda zu 100 Prozent, was die Ukraine angeht. Und übrigens im Falle Israel anti-israelische Propaganda und anti-jüdische, antisemitische Verschwörungstheorien. Und das ist schon erstaunlich, man weiß, dass die sozialen Medien in China natürlich der totalen Kontrolle der Zensur unterstehen. Das heißt, wenn so etwas flächendeckend und Monate und Jahre lang irgendwie verbreitet wird, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht nur mit Billigung, sondern sogar gepusht wird von der Partei und so. Das heißt, im Moment steht China fest an der Seite Russlands und das muss man einfach immer im Hinterkopf, also das ist schon irre, wir haben einen Krieg in Europa und China unterstützt sozusagen in diesem Fall den Feind der europäischen Demokratien und macht es aber, indem es sich ein Mäntelchen der Scheinneutralität umhängt. Kommen wir vielleicht mal noch auf Taiwan. Hier habe ich nämlich eine Frage aus dem Internet, die lautet, wartet Herr Xi ab, wie der Ukraine-Krieg weiter beziehungsweise ausgeht und überfällt dann Taiwan? Wie ist Ihre Einschätzung? Ja, Taiwan ist super spannend. Also ich habe damals als Student ein Jahr in der Volksrepublik China studiert, 85, 86 und dann 86, 87 bin ich ein Jahr nach Taipei gegangen, einfach weil mein Chinesisch so schlecht war, ehrlich gesagt, nach dem ersten Jahr noch. Dann wollte ich es richtig lernen, bin dann nach Taipei gegangen und habe mich verliebt in Taiwan. Es war deshalb auch so spannend, weil als ich ankam, Taiwan war ja auch mal eine Diktatur. Das war eine nationalistische Diktatur. Nach Taiwan ist der Chiang Kai-Shek mit der Guomindang geflohen, nachdem er den Bürgerkrieg verloren hat und dann hatten wir in Peking die kommunistische Diktatur und auf Taipei in Taipei hatten wir die nationalistische Diktatur und dann aber ausgerechnet, Ich komme zufällig, immer wo ich hinkomme, passiert was Historisches, aber wahrscheinlich passiert immer und überall was Historisches. Als ich ankam, in dem Monat starb der letzte Diktator auf, beziehungsweise der Sohn des letzten Diktators, der noch so ein Halbdiktator war, der Chiang Jinguo, der Sohn von Chiang Kai-shek. Und dann hat Taiwan wirklich einen Weg hingelegt, der wirklich beispiellos ist, eigentlich fast in der Weltgeschichte. Also wie sich dieses Land friedlich von einer Diktatur in eine Demokratie verwandelt hat, in diesen knapp mehr als 30 Jahren auf eine Art und Weise und zwar in eine, also ich behaupte, es ist die lebendigste Demokratie Asiens heute, Taiwan. Lebendiger als dieses schon leicht erstarrt vergreiste Japan und auch lebendiger als die südkoreanische Demokratie. Es ist irre. Ich war auch jetzt, also ich kann nicht zurück nach China wahrscheinlich, also ich probiere es auf jeden Fall nicht. Ich fahre auch nicht zurück nach Hongkong, aber Taiwan ist der einzige Ort sozusagen, wo Chinesen leben, wo ich noch hin darf. Deswegen war ich da im November jetzt auch ein paar Monate vor der Wahl. Die haben wir gerade gewählt, auch Präsidentschaftswahl und war zwei Wochen da wieder und das ist irre. Ich sage allen, also das ist was, was ich in allen Vorträgen mache. Erstens, wenn Sie noch nicht in China waren oder wenn es schon ganz lange her ist, fahren Sie nach China wieder, schauen Sie sich nach China an und bleiben Sie am besten ein paar Monate. Aber dann, wenn Sie das gemacht haben, ja, damit Sie ein Gefühl kriegen dafür, aber dann, wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie in China waren und das Gefühl haben, Sie könnten jetzt was von sich geben, irgendwelche klüge Sätze über die Chinesen, dann fahren Sie nach Taiwan, weil dann merken Sie ganz schnell, hoppla, das habe ich übrigens auch allen meinen chinesischen Freunden gesagt, meinen volksrepublikanischen Freunden. Du weißt erst eigentlich, was, ja, oder du kommst dieser Sache näher, was ist, was ist eigentlich das Chinesische an den Chinesen und so, wenn du tatsächlich in einen Ort gehst, wo die Chinesen aufgewachsen sind, ohne die ewige Herrschaft dieser Diktatur, dieser kommunistischen Partei, wo also Chinesen aufgewachsen sind in einer freien, gerechten Gesellschaft, ohne Willkürherrschaft. Damit meine ich nicht nur Taiwan, ich habe vielen Leuten früher gesagt, oder geht nach Hongkong, weil Hongkong war auch sowas, Hongkong war nie eine Demokratie, das haben die Engländer auch nicht übers Herz gebracht, den Hongkongern die Demokratie zu schenken, da sind die Engländer genauso schuld, wie später die Chinesen, aber England hat Hongkong die Rechtsstaatlichkeit geschenkt und das ist ja schon fast das Wichtigste, Gewaltenteilung, dass man eben keine Willkür hat, dass man sich als Bürger gerecht behandelt gefühlt, dass man sein Recht vor Gerichten erstreiten kann und dann plötzlich merkst du, also dann gehst du eben nach Taiwan und dann siehst du die Leute und dann denkst du, irre, gleiche Sprache, gleiche Kultur, gleiche Tradition, gleiche Haarfarbe, gleiche DNA, völlig anderer Menschenschlag, damit meine ich jetzt, wenn wir mal wirklich auf die menschliche Ebene runtergehen, jetzt mal weg von der Politik, wie die miteinander umgehen, wie Menschen miteinander umgehen, in Taiwan, völlig anders als in China, die chinesische Gesellschaft ist eine kranke Gesellschaft, also es tut mir leid, das zu sagen, aber das ist in jeder Diktatur, also Diktaturen sorgen dafür, dass die engsten Bande zwischen den Menschen zerstört werden, als Diktator, und das ist nichts Neues, das hat schon Aristoteles gesagt damals, der Tyrann sorgt dafür, dass die Bande zwischen den Brüdern zerstört werden, du musst die Leute isolieren, die Leute dürfen nur als isolierte Individuen, die dürfen einander nicht vertrauen, die dürfen einander, es darf keine Solidarität geben, kein Mitgefühl, keine Empathie, dann hast du es als Herrscher einfacher. Das ist nichts, was die Chinesen erfunden haben, also die Kommunistische Partei, das war in jeder Diktatur so, das war in der DDR nicht anders als in der Sowjetunion, das war auch während der Nazi-Zeit nicht anders, aber das Ausmaß dieses gegenseitigen Misstrauens ist natürlich unterschiedlich in verschiedenen Gesellschaften und nirgendwo, vielleicht mit Ausnahme Nordkoreas, also da war ich zwar auch ein paar Mal, aber da kriegt man natürlich das Gefühl nicht ganz so, weil man da immer so abgeschirmt durch die Propaganda-Leute dann durch das Land reist, aber nirgendwo sonst, glaube ich, ist dieses Misstrauen, dieses gegenseitige, krankhafte Misstrauen aller gegen alle und gegen jedes so groß wie in China und warum? Weil es eben nicht nur eine normale Diktatur war, sondern weil es so eine Zeit wie die Kulturrevolution durchgemacht hat, wo eben tatsächlich, also eine meiner ersten Geschichten, die ich beim zweiten Mal gemacht habe, 2013, als ich da war, war die Geschichte eines, da habe ich einen knapp 60-jährigen Rechtsanwalt besucht, der sein ganzes Leben abgearbeitet hat, sozusagen an dem, was er selbst als 16-Jähriger gemacht hat. Er hat nämlich als 16-Jähriger seine Mutter hinrichten lassen, weil seine Mutter beim Abendessen gesagt hat, sie fände aber den Liu Shaoqi, das war damals der, ich glaube, was war er, war er auch Präsident oder Premierminister, also der Mao hatte ja nie einen offiziellen Titel, der war ja nie Präsident oder man nannte ihn dann den großen Vorsitzenden, also ich glaube, Liu Shaoqi war vielleicht, egal, also er war entweder Präsident oder Premierminister, Mao hat ihn ins Gefängnis werfen lassen als Rivalen und der ist im Gefängnis verreckt und dann sagt diese Mutter, ich fand aber Liu Shaoqi besser als Mao, das war nämlich auch so ein Reformer eigentlich, der so ähnlich wie Deng Xiaoping gedacht hat und der 16-jährige Sohn hat sich hingesetzt, sofort nach dem Abendessen hat einen Brief geschrieben an die Militärkommission, ein paar Häuser weiter ist dann losgelaufen, hat diesen Brief bei der Militärkommission unter die Türe durchgeschrieben und hat in diesem Brief geschrieben, meine Mutter ist eine Reaktionärin, sie hat das und das gesagt, ich fordere ihre Hinrichtung und sechs Wochen später war die Mutter tot und jetzt stellen Sie sich vor und das ist ein Extrembeispiel, aber solche Sachen sind in vielen Familien passiert, wenn die intimsten Bande in einer Gesellschaft so zerstört werden und einem Volk seelisch so das Rückgrat gebrochen wird, dann sorgt es dafür, dass da Traumata entstehen und das kennen wir in Europa auch aus der Weltkriegsforschung, irgendwie, dass solche Traumata, solche psychischen Traumata dann weitergegeben werden über Generationen und das ist das Kinder von heute und Entschuldigung, ich muss, Sie kommen gleich da, die Kurve zurück zu Taiwan. Die Frage war Taiwan, die Frage war Taiwan, was ist eigentlich mit Taiwan und wann greift er da an? Taiwan ist eine lebendige Demokratie, wo die Leute selber Verantwortung übernommen haben für sich und wo plötzlich dieses ewige Mantra der KP-Führung in Peking, das nämlich da lautet, der Chinese ist praktisch genetisch unfähig zu Freiheit und Demokratie. Der braucht solche Diktatoren, wie wir welche sind. Ja, greifen Sie jetzt an oder greifen Sie nicht an? Da wird das ad absurdum gefühlt und jetzt komme ich zu dem Punkt, greifen Sie an oder greifen Sie nicht an? Wenn Sie mich fragen, ist genau das, also ich bin davon überzeugt, dass Xi Jinping tatsächlich, der erweckt den Eindruck als erster Führer auch seit Mao Zedong, dass er derjenige sein wird, der zu seinen Lebzeiten Taiwan heim ins Reich holt. und ich mache jede Wette und deswegen diese lange Vorrede gerade, dass der einzige Grund nicht ist, die Geostrategie. Ja, also geostrategisch ist eh klar, du hast diesen, wie der Eisenhower mal gesagt hat, unsinkbaren Flugzeugträger vor der Küste Chinas. Ja, wenn China wirklich regional Macht werden will, dann können sie sich eigentlich nicht erlauben, dass diese Insel direkt vor ihrer Küste da von amerikanischen Alliierten zumindest potenziell auch militärisch genutzt werden kann. Das ist das eine. Aber ich mache jede Wette und das war bei Putin nicht anders im Falle der Ukraine, dass ein mindestens so wichtiger Grund ist, dass er dieses Volk, das der lebende Gegenbeweis ist für seine These, der Chinese ist unfähig zur Freiheit und Demokratie und braucht so einen Diktator wie mich ist. Deshalb muss er Taiwan zerstören. Deshalb hat er Hongkong zerstört. Und wie gesagt, das war bei Putin nicht anders. Die Frage, wann? Gut, das ist sehr zu viel verlangt. Das sehe ich ein. Also, der Herr, der das Mikrofon hat, hat das Wort. Ich habe zwei Fragen und die eine Frage schließt sich direkt an Ihre Ausführung von vorhin an. Wie können Sie sich erklären, ich kann es mir nicht erklären, dass ein Mann, dessen Familie selbst unter Mao Zedong mehr oder minder in die Verbannung geschickt worden ist und genau am eigenen Leib erfahren hat, was es bedeutet, unterdrückt zu werden, wie so ein Mensch plötzlich zu so einem Führer werden kann. Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre, es wird ja oft behauptet, das chinesische System hätte einen Hasenfuß, nämlich die Abhängigkeit von den Wanderarbeitern und auch von dem Export in die Welt. Also ist exportabhängig und das könnte unter Umständen ein Pferdefuß auch sein für diese Regierung. Wie, für wie sicher halten Sie diese Regierung in Abhängigkeit von diesen Wanderarbeitern und von diesen wirtschaftlichen Problemen, die mit Sicherheit auch bestehen? Das war nochmal die erste Frage, Entschuldigung. Das war die Frage nach dem Führer, der selbst in seiner Vergangenheit spielt darauf an, dass Xi Jinping's Vater ein Kampfgenosse von Mao Zedong war und von Mao, genau wie Deng Xiaoping übrigens und die Familie von Deng Xiaoping auch, der landete im Lager. Der Vater Xi Zhongxin, der Vater von Xi Jinping, musste Jahre im Arbeitslager sein und der Sohn, also Xi Jinping selber, war einer dieser Jugendlichen, dieser städtischen Jugendlichen, die keine Schule besuchen durften in diesen Jahren, die keine Universität besuchen durften, die stattdessen aufs Land verschickt wurden, um von den Bauern zu lernen, wo ganz viele, ganz auch heftige Erfahrungen gemacht haben und auch einige gestorben sind und jetzt kommt, aber das war ein Grund übrigens, warum tatsächlich auch Parteileute 2012, als der an die macht, der war ja ein völlig unbeschriebenes Blatt, das ist ja auch super interessant, ja warum wurde der denn ausgewählt? Da mache ich auch jede Wette, weil man nicht genau wo es her, diese verschiedenen Parteifraktionen, die mussten sich auf einen einigen und haben sich auf einen geeinigt, von dem sie dachten, er wird ihnen nicht gefährlich und den Eindruck hat Xi Jinping vor allem erweckt, weil er sein ganzes Leben lang einfach den Kopf nach unten gehalten hat und einfach immer total geräuschlos und ohne irgendwelche eigenen Ideen zu haben durch diese Provinzen gesurft ist, wo er jeweils Bürgermeister war, Parteisekretär, Gouverneur und so weiter und viele Parteileute dachten 2012, als klar wurde, er wird, das wird ein Reformer, bestimmt, wie sein Vater, sein Vater, der doch im Arbeitslager war, unter Mau und der dann als Mau starb und der Vater aus dem Lager rauskam, auch als, ich weiß gar nicht mehr, entweder Parteisekretär oder Gouverneur von diversen Südprovinzen wirtschaftliche Reformpolitik mitgetragen und selber initiiert hat, der Vater von Xi Jinping. Übrigens hat mir Ai Weiwei auch erzählt, also der Künstler, dass sein Vater, der ja auch im Lager war, der Ai Ling, berühmter Schriftsteller, einer der berühmtesten Schriftsteller der 50er Jahre und der Vater von Xi Jinping Freunde gewesen sein, behauptet Ai Weiwei. Ich weiß nicht, ob es gestimmt hat. Aber wie gesagt, es hat viele dazu verleitet, zu sagen, Mensch, vielleicht wird der Xi Jinping ja, vielleicht hat er gelernt aus dieser Vergangenheit und so weiter und plötzlich passiert das Gegenteil und er wird der machtbesetzt, besessenste und wirklich kontrollbewussteste Autokrat seit Mao Zedong. Also wir wissen nicht genau, wann, wir wissen nur, was ihn treibt. Also er sagt natürlich immer, es ist die Größe China, ich will China groß machen, in Wirklichkeit ist es, behaupte ich, das ewige, die Herrschaft und das ewige Überleben der kommunistischen Partei. Darum geht es ihm. Er hat die Partei gerettet, eigentlich aus einer Phase von Orientierungslosigkeit und Korruption und Disziplinlosigkeit 2012. Keine Orientierung mehr, die Ideologie war weg, alle haben nur noch Geld gemacht. Also da war wirklich fin du siècle Stimmung in Peking 2012 und Xi Jinping trat an in dieser Krisenstimmung 2012 und hat gesagt, ich rette als allererstes mal die Partei, weil diese Partei hat dann diese historische Mission und natürlich, wenn du die, wenn du die chinesischen Parteikader fragst, ja Moment mal, ist es jetzt die Partei, bist du jetzt für die Partei oder bist du für den Staat, ist dir China wichtiger oder ist dir die Partei wichtiger, dann werden die zumindest so tun, vielleicht glauben sie es auch, als völlig verständnislos, wie, da ist doch kein Unterschied, ja, das ist für die wie die heilige Dreifaltigkeit, ja, das ist Vater, Sohn und der Heilige Geist, das sind drei verschiedene Emanationen von ein und demselben. In Wirklichkeit sind wir natürlich mit Xi Jinping bei einem Führer, der, wenn er jetzt, und das ist neu, ich habe Ihnen vorher schon gesagt, all die 30, 35 Reformjahre war es so, wenn wirtschaftliche Interessen kollidiert sind mit politischer Kontrolle, dass sehr oft die Wirtschaft gewonnen hat und dass man Kontrolle aufgegeben hat dafür, zum allerersten Mal und der Xi Jinping ist das wieder anders, wenn der jetzt an der Kreuzung steht, Wirtschaftswachstum, ja, Innovation, sonst irgendwas, auf Kosten politischer Kontrolle wird sich Xi Jinping immer für die politische Kontrolle entscheiden. Das heißt, wenn er an der Kreuzung steht, China groß machen, wenn das ein Konflikt ist zu die ewige Herrschaft der Partei sichern, wird er sich immer für die Partei entscheiden. Und da kommen wir direkt zur zweiten Frage mit dem Pferdefuß. China hat viele Probleme, Sie haben von vielen schon gehört, auch wahrscheinlich, die Alterung, also China ist das erste Land, das nicht ein reiches Industrieland ist, das altert, bevor es richtig reich ist, also reich in der Breite, nicht reich als Staat. Die soziale Ungleichheit, China nennt sich kommunistisch, ist einer der ungleichsten Staaten der Erde, heute noch der Gini-Koeffizient, mit dem man die Kluft misst zwischen Arm und Reich, höher als in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist doch auch irre, oder? Als ich da war, 2016 war das Jahr, in dem Peking New York überholt hat als Welthauptstadt der Milliardäre. All diese Dinge, Korruption, all diese Dinge. An der Oberfläche sieht das aus wie ein ruhiges, ja, die Partei liebt das Wort Harmonie, wie eine ruhige, harmonische Gesellschaft, in Wirklichkeit unter der Oberfläche ganz viele Widersprüche, ganz viele Konflikte, die ganz schnell aufbrechen können. Wann brechen die auf? Was ist der eigentliche Pferdefuß? Wie sicher ist eigentlich diese Regierung im Sattel? Da würde ich mittlerweile behaupten, also noch 2018, als ich da raus bin, hätte ich gesagt, das ist genial, dieses System, das die da haben. Diese Mischung aus diesen verschiedenen Faktoren, nicht reine Repressionen, sondern ein bisschen Repressionen, so als Schwingung im Hintergrund, dass allen klar ist, wenn ich aufwiegle, droht mir was, dass alle so ein bisschen die Angst im Hinterkopf haben, aber nicht, nicht den ganzen Tag zittern, auf keinen Fall, Gehirnwäsche, Propaganda, das ganze Leben, vom Kindergarten an Nationalismus, die nationalistische, die großchinesische, chauvinistisch-militaristisch-nationalistische Propaganda unter Xi Jinping nochmal explodiert, viel stärker als früher. Und das ist ja ein billiges Mittel, das funktioniert ja immer und überall, sehen wir auch an Putins Russland und gleichzeitig aber auch noch andere Faktoren und in China im Unterschied zu Putins Russland, die haben ja auch geliefert, was das Wirtschaftswachstum angeht. Und all diese Faktoren zusammen, so ein Bild, ja, also die urbane Mittelschicht, die größten Alliierten von Xi Jinping die letzten Jahre, das war nicht wie in einem Parteistatutensiv, wir sind die Partei der Arbeiter und Bauern, die größten Alliierten dieser KP waren nicht die Arbeiter und die Bauern, die größten Alliierten war die urbane Mittelschicht, die Leute, die uns eigentlich am ähnlichsten sind. Das waren die, die der Partei am meisten zu verdanken hatten in all diesen Jahren. So, jetzt kommen wir dann doch zum Pferdefuß. Pferdefuß, was ist der Pferdefuß? Er selber ist der Pferdefuß mittlerweile. Seine Politik, genau das, was er macht. Das alles, was ich Ihnen aufgezählt habe, all die Dinge, die er rückgängig macht von Xi Jinping, von Deng Xiaoping's Reform. Deng Xiaoping's Reform waren ja die Grundlage, das war die Wurzel für das Wirtschaftswunder, für das Wirtschaftswachstum. Und Xi Jinping macht jetzt plötzlich all die Dinge, die der Wirtschaft letztlich schaden. Der schießt sich selber, wie heißt das, der schießt sich ins Knie oder schießt sich ins Bein, immer öfter. Und wir sehen das jetzt auch immer öfter, während Corona haben wir es gesehen, die Corona-Politik am Ende, das letzte Jahr katastrophal, deswegen auch die Proteste dann plötzlich. Dann die 180-Grad-Kehrwinde. Aber was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass das, was der macht, also der tappt in etwas, was unter Politologen The Dictator's Trap heißt, also die Falle der Diktatoren. Und wenn du tatsächlich als Diktator sozusagen in deiner eigenen Logik immer mehr Kontrolle, immer mehr Repression, dann führt das am Ende dazu, dass du kein Feedback mehr kriegst, keine Kritik, keine Rückmeldung, dass du nur noch umgeben wirst von Ja-Sagern und dass du Entscheidungen fällst, die letztlich vielleicht nicht nur deinem Land, sondern am Ende auch dir selbst schaden. Er macht immer mehr Fehler. Herr Strittmatter, wir haben noch Fragen. und Sie denken ja an Ihren Zug, weil Herr Strittmatter heute Abend noch nach München muss und wohlgemerkt kein Hotelzimmer in Saarbrücken hat. Hier vorne, Herr Leinen hat noch eine Wortmeldung, wenn ich mich richtig informiert habe. Und dann... Ja, faszinierend, wie Sie die Diktatur beschreiben konnten und zu den tausend Fragen, die man hätte, nur eine. Wir sind ja spät aufgewacht und die Frage ist ja Decoupling, also koppeln wir uns ab bei all den schrecklichen Beschreibungen oder machen wir das nicht und machen nur, was die Europäer hier wollen, die Risking. So, ich mache mal Punkt, weil Sie müssen ja Ihren Zug kriegen. Da rühren wir gerade noch die Frage der Dame. Sagen wir noch zwei oder drei Fragen. Frau Ritz. Ja, ich wollte eigentlich nur mal das Stichwort Klimaschutz anbringen. Wie sieht es aus mit dem Klimaschutz wegen des wirtschaftlichen Wachstums in China? Wie stehen die Chinesen dazu? Interessiert es die überhaupt? Das war meine Frage. Stichwort Klimaschutz. Also, Nadja Osburg, Frage ergänzt sich mit ihm. Was würde passieren, wenn wir einfach sagen, wir machen keinen Handel mehr mit China? Klar, das ist total naiv, aber was würde mittellangfristig passieren unter dem Aspekt, den Sie genannt haben, Demografie? Die Inder haben jetzt die Chinesen überholt. Und Nigeria wird demnächst auch überholen. Warum machen wir da nicht mit Nigeria? Alternativ. Und was ist mit den Chinesen selber? Also, ich weiß es nicht, ob es viele Chinesen sind, aber es kommt immer so im Deutschlandfunk, die Chinesen bringen keine Kinder mehr zur Welt, weil sie sagen, wir bringen doch keine Kinder im Gefängnis zur Welt. Okay, das sind jetzt sehr viele Fragen. Der Referent hat sechs Minuten für all diese Fragen zu beantworten. Wie soll das flach liegen, dass die Chinesen sagen, wir liegen einfach flass? Ja, das sind jetzt verschiedene Fragen in einem. Genau, also die Jugend, zu Ihrer, fangen wir da an bei der, das ist zum allerersten Mal und da sehen wir eben auch, also welchen Gefahren sich Xi Jinping selber gegenüber sieht. Zum allerersten Mal seit 40 Jahren haben wir eine junge Generation in China, eigentlich waren die Jungen die, die am meisten abgefahren sind auf diese Propaganda. Als ich weg bin aus China, war meine größte Trauer und meine größte Enttäuschung waren die Jungen. Die kritischsten Chinesen, die kritischste Generation war die so in meinem Alter, die, die selber Tiananmen mitgekriegt haben, die, die selber noch Kinder waren in der Kulturrevolution, die, die also die Verbrechen der Partei am eigenen Leibe miterlebt haben. Weil aber die kollektive Amnesie so super, diese verschriebene Amnesie so super funktioniert, irgendwie kriegen die Jungen das alles gar nicht mit und sind viel empfänglicher für die ganze Propaganda. Sieht man in Russland jetzt übrigens auch wieder. Große Unterstützung unter jungen Russen für den Ukraine-Feldzug. Die Jungen, ach so, genau. Also eigentlich super Ergebnis aus Sicht der Partei. Jetzt plötzlich, aber wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, plötzlich sehen wir, zum allerersten Mal haben wir eine junge Generation, die plötzlich merkt, hoppla, da geht ja so viel schief in unserem Land. Und weil es wirtschaftlich so schief geht, wir haben als allererste Generation seit einem halben Jahrhundert anders als alle unsere Vorgängergenerationen nicht mehr die Versicherung, morgen wird es uns besser gehen. Zum allerersten Mal. Und das Ergebnis sind diese Sachen mit dem, was Sie sagten, ja, Tang Ping, dieses Flachlegen, wir, ja, so No Future hieß es doch damals bei den Punks, ja, also wir machen einfach nicht mehr mit, ist doch wurscht, bringt sowieso nichts irgendwie, wir klinken uns aus als der Gesellschaft und so weiter, ja. So, das ist, das zu den Jugendlichen. Dann Klimaschutz, ganz kurz, sehr widersprüchlich, einerseits, also fangen wir mit dem, mit dem Positiven an, Weltrekordhalter mittlerweile bei den nachhaltigen, Erzeugung nachhaltiger Energien, Weltrekordhalter bei allen grünen Energien, egal ob es Windenergie, Solarenergie und so weiter, mit einem irren Tempo bauen die das auf, eigentlich super, ja, also gleichzeitig auch Weltrekordhalter und zwar nicht nur in den Beständen bei Kohleverbrennung und das ist jetzt das nicht so gute, weil sie nicht nur die alten Bestände nicht stilllegen, sondern tatsächlich in den letzten Jahren auch noch zusätzliche Kohlekraftwerke dazu. Deswegen ist es im Moment ein etwas widersprüchliches Bild. mittelfristig, langfristig würde ich behaupten, werden die von selber auf einen guten Weg kommen, ohne dass wir sie ständig, da brauchen die uns nicht dazu, irgendwie das, weil sie gemerkt haben und da kommen wir aber zum nächsten Problem für uns, weil sie gemerkt haben, das ist ja auch noch ein saugutes Geschäft und wenn wir die Solarindustrie und die Windindustrie in unserem eigenen Land mit Subventionen und mit allen möglichen Forschungsgeldern in Milliarden, Abermilliardenhöhen ankurbeln, dann können wir auch den Weltmarkt überschwemmen mit den ganzen Dingen. Das machen sie jetzt mit Solarwetter. Ich habe heute, heute oder gestern die Entscheidung oder deutet sich an, weil die Europäische Kommission über vieles nachdachte, Stichwort, wie gehen wir um mit China, was machen wir, die Krabbling, die Risking, aber auch Industriepolitik, wie wenn chinesische Investoren zu uns kommen, wenn chinesische Produkte zu uns kommen, erheben wir Zölle, machen wir Investitionsbeschränkungen und so weiter, weil wir ja wissen, dass bei ganz vielen, das ist ja keine faire Marktwirtschaft bei ganz vielen, sondern da steht ja ganz viel billige Staatskredite zum Beispiel in China dahinter und die Welle wird jetzt größer werden, weil China ein Wirtschaftsproblem hat, weil die Produktion aber gleichzeitig explodiert in vielen, gerade in den grünen Branchen und der Ausweg, den der chinesische Staat sich gedacht hat, wir überschwemmen jetzt die Welt mit dem ganzen Zeug und das ist einerseits, kannst du sagen, ja super, toll, dann kriegen wir jetzt billige Solarsachen, andererseits werden wir sehen in den nächsten Wochen, ein zweites Mal wird unsere Solarindustrie vor 15 Jahren ja schon mal, wenn Sie sich erinnern, Deutschland war mal Marktführer in der Solarindustrie, haben wir uns schon mal kaputt machen lassen, das wird jetzt wieder passieren, weil die Europäische Kommission, aber auch die deutsche Bundesregierung wohl entschlossen haben, bei der Solarindustrie lohnt es sich nicht, dagegen zu halten und da machen wir das nicht mit den Zöllen und wir werden in den nächsten Monaten viele, viele tausend Arbeitslose in der Solarindustrie sehen, die Frage ist, wie das weitergeht dann auch in den anderen Industrien, die Risking oder Decoupling, eigentlich keiner redet von Decoupling, also Decoupling, komplett das Kappen aller Bande, aller Handelsbeziehungen, das will keiner, weil das wäre wirklich, es geht wirklich um die Risking, was heißt die Risking? Risikominderung, also sprich, was ist das Problem, haben wir ja vorher schon drüber geredet, Abhängigkeiten, unsere Abhängigkeiten, wir sind so abhängig von China und was bedeutet das? Das bedeutet in einem Konfliktfall, aber auch bei politischen Streitfragen, also Taiwan ist natürlich der Gau, was machen wir denn, wenn China Taiwan angreift? Haben wir es überhaupt in der Hand, Sanktionen dann zu machen, wenn wir genau wissen, was passiert denn, wenn China, irgendwo war die Frage, ich weiß nicht wann sie ist, was passiert denn, wenn wir die Bande plötzlich kappen würden? Ich sage Ihnen, was als allererstes passiert, keine Antibiotika mehr in unseren Apotheken, keine Schmerzmittel, kein Ibuprofen, kein Paracetamol, kein, all das passiert mal als allererstes, 70 Prozent bei allen Generika in deutschen Apotheken beruhen auf deutschen Rohstoffen. Ja, das kommt jetzt darauf an, was passiert mit dem. Ja, die sechs Minuten sind eigentlich rum. So, also ich komme jetzt. Das ist genau das Ringen, in dem wir uns befinden. Da, da kommt es darauf an, welche politischen Entscheidungen werden jetzt getroffen und darüber wird geredet. Herr Strittmatter, ich rette Ihnen Ihre Fahrt. In Berlin und Paris und das Problem ist und früher, ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben wir alle geredet, die Osteuropäer haben immer Sand ins Getriebe geworfen von der europäischen China, aber die Zeiten sind längst vorbei. Das große Problem in der europäischen China-Politik sind mittlerweile die Deutschen und die Franzosen. Wir sind die Bremser, wir sind die Blockierer und wir bräuchten nichts mehr als eine einheitliche europäische Politik und wer voran marschiert, zum Beispiel letztes Jahr mit einer ganz großen Rede war Ursula von der Leyen. Also irre. Ich habe noch nie im Leben CDU gewählt, aber das Beste... Ja, das passt hier auch nicht so sehr. Die beste Rede im letzten Jahr. Also auch besser, als was Annalena Baerbock zu China gesagt hat, die auch nicht schlechte Sachen zu China gesagt hat, aber Ursula von der Leyen, die mutigst... Zwei Frauen marschieren voran. Bevor es noch schlimmer wird, darf ich mich ganz... Applaus Darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war sehr kurzweilig, es war sehr informativ, aber auch sehr bedrückend. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass am Donnerstag, dem 21. März, hier die Mitte-Studie der Ebert-Stiftung vorgestellt wird über Rechtsextremisten und am nächsten Montag haben wir den Vortrag über die Geschichte der Antifa. Dann noch Hinweis, die Bücher von Herrn Strittmann, da sind hier auch zu erwerben. Die Buchhandlung St. Johann hat einen Büchertief vorbereitet. Ich bedanke mich bei Ihnen, hoffe, dass Sie Ihren Zug erwischen und wünsche Ihnen eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch, aber weil es so bedrückend... Das war eine Reaktion...